Das kommt... WÄH?! WTF was geht?! Ich hab dir slow den Effekt gegeben Du bist paralysiert LOL ALTER! Für ne komplette Minute Jaaa... Jooo Leute Herzlich Willkommen zurück zu ner Runde Lucky Rush wieder mit dabei Der Basti zockt Und wir haben heute Neue Lucky Blocks Und zwar die Troll Lucky Blocks Und die Lucky Blocks Knight Genau, die haben wir nämlich auch So, was ist da jetzt Der Unterschied an den anderen? Ja, es gibt andere Effekte Und andere Items, viel coolere Items Achso, ja und du darfst ja loslegen so Baby Boomers Wo sind Baby... oh fuck dit Flash Time Set Jaaa... und es laggt voll Die Baby Boomers laggen Muss man das ja machen WTF Die wollen nicht sterben Die schwirren in der Luft Und da kommt noch einer BTF Was tust Voll komisch man Direkt ne volle Rüstung Melonen Alles klar, was machen die Melonen hier Shovel of Doom Was geht denn hier? Nice Shovel of Doom plus 18 Oh nice Ich hab ein richtig geiles Item Oh was BTF Oh mein Gott Oh mein Gott Trollsort Ich hab nen Bob Avenger Sharpness 164 Er hat aber nur einen Hit Scheiße Was Ein Schwert bekommen das nur einen Hit hat Oh Leute ich bin gestorben Und wurde in Sand eingegraben Oh mein Gott Was geht ab Ey kannst du mal bitte peaceful machen das leckt so hart Ja ja ich hab grade Das sah grad so fett aus Einfach so viele Wither Skelette mit Diamond Swords Scheiß Lol das leckt Ja übel Aber jetzt gehts wieder Oh haaa Oh 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 Diamond Tools nice Oh dann kann ich das abbauen Nice Oh oh Was gibt's Oh wieder was geiles Mit diesem Stab Ding Wow Hauptsache jetzt er explodiert Bei dem Troll Lucky Blocks er explodiert gerne mal was ne Ja Ja Hört sich jetzt nicht so cool an Oh was hab ich bekommen Was hab ich bekommen Paul Binion's Eggs Oh Okay alles klar Jetzt ich hab Old Bacon Was macht der Keine Ahnung Schafe Okay Ey Junge die wollen mich doch trollen Da kommt nichts gescheites Wow ein Dragon Egg Undead Miner Alles klar man Okay weg Okay Junge du hast die Mitte nicht gebaut Lol Es gibt keine Mitte Vergessen Alles klar Wir haben die Mitte vergessen Ja gut dann spielen wir ohne Mitte Dann spielen wir jetzt ohne Mitte Haha Ach man ich weißt du ich sag's noch zu dir Ja 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 übelst vergessen Ich bin heute nicht auf der Höhe Gott hell ey Und jetzt hab ich grad so Blöcke bekommen und dachte mir Boah ich baue mich jetzt in die Mitte Oh es gibt gar keine Ja Ja Geil Was ist denn hier los man Boah ich krieg nur Tiere man Was ist denn hier los Fuck this up Dass du keine Mitte gemacht hast man Hexen Überall Hexen Alter wie du einfach die ganze Zeit nur Mobs spawnen bist Wenigstens Wenigstens Kriegst du irgendwas Ich krieg nur Mobs Oder Oh Blöcke Oh mein Gott fuck Hexe Oh mein Gott Oh mein Gott BTF Ihr zerstört einfach Alter hier geht einfach alles am Arsch So Ey verpiss dich Junge Warum Was Weißt du erst blöd lachen und dann Bam Weggeschossen So So Wer einfach chillt Hahaha Hahahaha Loooooooooo Nice Respawn Hä warum legts so Ah ne Mein Mein Ding ist voll Dein Inventar Jaja und nice nice da bin ich wo gestorben was hast du da gespawnt keine ahnung frag mich nicht viel zu krasses zeug einfach viel zu krasses zeug muss man den ganzen scheiß hier loswerden den ich nicht brauche das da weg das ist da weg was geht ich hab dir den effekt gegeben du bist paralysiert lol alter für eine komplette minute ja ich kann mit dir machen was ich möchte komm her was ey ey das ist uncool man das ist uncool das ist uncool man weißt du jetzt habe ich alle zeit zu gucken wo ist deine rolle ey man wie mies alter wie ultra mies alter was ist das ist das geil ne ähm äh ja alter ja oh fuck nein runter gefallen fuck ey das verstehe ich jetzt net was du verstehst du verstehst du nicht ich habe gerade ich habe gerade ach ach nix 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 mann das ist mega mies warum warum mal alter ich kann nix machen nix nix ja was launes what the fuck wenigstens dass man sich ein bisschen bewegen kann nein jetzt müssen wir mal gucken wo deine rolle ist alter wo ey jetzt hat er mich auch noch runter geschubst die sau alter ist so krass äh alter du hast meinen spawn point weg gebaut alter weg da bist du mies alter ey ich weiß nicht wo deine rolle ist ich muss hier erstmal chillen ha ich glaube ich habe keinen fein mehr scheiße egal mach mal so ja du bist wieder gelähmt das ist toll wenigstens das ey Junge haha ja haha warte ich habe eine idee was für eine idee selbst ein scheiß potion of speed hier ist deine wolle ah du Mist geworden äh juhu rolle ist abgebaut ich habe keine feine mehr warte mal was ist das hier wir sie einbauen der penner haha jajaja komm jetzt komm wenigstens runter du sa- oh mein gott alter er gibt mir einfach one hit mit einer potion haha die sau haha was war das für eine geile runde ultra miese runde digga haha alter ok cool haha also Leute wenn es euch gefallen hat gebt dem Video einen Daumen nach oben und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder haha und schaut bei Wasti vorbei haha bis dann oben und weiter